Mein Fachgebiet in drei Worten für Laien, abwechslungsreich, neuartig und durchaus akut. Das Beste an meinem Fachgebiet ist, dass es erstens eine endlange Tradition hat, also ganz viel an Erkenntnissen schon hat, auf die man zurückgreifen kann. Wahnsinnig viele neue, abwechslungsreiche Erkenntnisse in kürzester Zeit, die immer wieder Neues, Spannendes bringen und ein Potpourri wechselnd abwechslungsreicher Kolleginnen und Kollegen. Also wahrscheinlich kaum vergleichbar, weil es einfach ein so breites Fach ist, trifft man extrem viele unterschiedliche und auf unterschiedliche Art und Weise spannende Menschen. Warum mein Fachgebiet beim DocSlam gewinnt, ist relativ einfach, weil es das Fachgebiet ist, was einfach am meisten Benefit für Patienten hat und dementsprechend auch das meiste Interesse schürt. Das Herz ist einfach das zentralste Organ, da gibt es gar keine sinnvolle Konkurrenz.